Wir begrüßen Sie zu unserer Wettenschaft. Das heutige Wetter war sonnig und im Laufe des Abends werden sich Wolken bilden und es kann zu Regenschauern kommen. Morgen ist es tagsüber bewölkt und im Westen und Norden kommt es zu stürmischen Regenschauern. Die Durchschnittstemperatur liegt aber trotzdem bei schwönen 20 Grad. Im Gegensatz zu den letzten Tagen wird der Wind morgen eher schwach aus dem Nordwesten in den Südosten gehen. Morgen erwarten wir in der Nacht im Norden eine Durchschnittstemperatur von 7 Grad und im Süden von 10 Grad. Im Osten ist es bewölkt und im Süden und Westen kommt es zu Regenschauern bis zu Gewittern. In der Nacht weht der Wind von Osten nach Westen und von Norden in den Süden. Unser Tipp ist aufgrund des Wetters morgen übertragen, das nicht mehr zu schauen. Das war es mit der Wetterschau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.